Musik Ich verliebe einen der Racer An alle Eintragsverfolgverdächtigen Code 1054 Alle Officers in der Nähe bitte melden Hier 237 schließe mit Einsatz an Einbring in 9, Straßensperre zur Hilfe bei Verfolgung eines Verdächtigen benötigt Auf Kontakt Control, Racer setzt aggressiv Gewalt ein Verlötige Hilfe von Einheiten in der Nähe Auf Hüter verfolgt verdächtiges Fahrzeug Unterstützung wurde angefordert Verdächtiger gefahren und 747 Roger, Darts mit 1044 kommen rüber Einsatz beendet, alle Einheiten zurückziehen Achtung, Officer ist Code 3 für verdächtigen Racer Nahe Einheiten unterstößt Auf Hüter und Verfolgung des Offenarunterstück Achtung, Officer ist Code 3 für verdächtigen Racer Nahe Einheiten unterstößt Kontroll, Info an alle, Gefahr auf der Straße Code 3 für verdächtiger sind uns fertig Zentrale habe den Code 3 für verdächtigen Schließe mit Einheiten an, Over Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041 Officer fordert Verstärkung an Reden wieder erbracht, Zentrale wird wieder erbrennt An alle Einheiten, Verfolgverdächtigen Code 1054 Aller Aufmerksamkeit, alle Aufmerksamkeit in der Nähe bitte melden Zentrale, Racer hat meine Systeme gestört Ich kann nichts mehr machen Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer Verfolgung An alle Einheiten eingreifen Auf der Bahn nach Norden, nach Norden Verdächtiger ziehen nach Norden Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug Unterstützung wurde angefordert Achtung, Officer in Code 3 für verdächtige Bracer Nahe Einheiten, Unterstützung leisten Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041 Officer fordert Verstärkung an Fahrzeugschäden kritisch Verabschung durchgeführt, jetzt gehen die Bonkart Achtung, sehr gut, Officer An alle zurückziehen und Streifen geben, Sie geplant fortsetzen Zentrale, Verdächtiger ist verschwunden Setze vorgesetze Streifen vor Achtung, Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den Officer unterstützen Achtung, Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an Versuche das Ziel an Achtung, An alle Einheiten verfolgt verdächtigen Code 1044 Alle Orten muss in der Nähe, bitte melden Zentrale, Verdächtiger ist in der Nähe, schließen Sie mit Einheiten an, Ober Ich brauche hier, Hilfezentrale, bitte Straßensperre Achtung, Einheiten rücken vor, stopieren die Straßen von Code 3, Ober Air 14 an alle, sind über dem Ziel 44 und haben Sie in Sicht Straßensperre Negativ, Rabe ist durchgekommen Weitere Verdächtige 6, gehe auf Code 3 Ziel wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed-Racer-Verfolgung an alle Einheiten eingreifen Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug, Unterstützung wurde angefordert Verliere den Anschluss, Verdächtiger zieht davon Habe Racer wieder in Sicht, Verfolgung läuft rein Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers Alle nahen Einheiten an Position sammeln und Verfolgung des Officer unterstützen Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer Nahe Einheiten Unterstützung leisten Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung, Fahrzeug ist entkommen Dienst bis auf Weiteres fortsetzen Auf Control, melde mich zur Streife auf Kingfisher Road An alle Einheiten verfolgt Verdächtigen Code 1044 Alle Aufrufers in der Nähe, bitte melden Achtung, Code 3 Verfolgung wurde unterbrochen Alle Einheiten zu vorherigem Einsatz zurückkehren An alle, möglicher Code 3 Einsatz auf Kingfisher Road Auf Control, Sichtkontakt zum Zielfahrzeug verloren Nach Verdächtigen wiedergefunden, Verfolgung läuft Alle Einheiten, Verdächtiger muss schnellstmöglich gefasst werden Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041 Officer fordert Verstärkung an Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer Nahe Einheiten Unterstützung leisten Schnelle Bewegungen in der Nähe Sahre hin und sehe mir das Ziel an Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer Verfolgung An alle Einheiten eingreifen Officer verfolgt Verdächtiges Fahrzeug Unterstützung wurde angefordert An alle Einheiten, Verdächtigen Code 1044 Alle Aufrufers in der Nähe, bitte melden Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer Verfolgung An alle Einheiten eingreifen Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041 Officer fordert Verstärkung an Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer